Hey und was gehts, was ich tun am Video und zwar heute nochmal zu einem kleinen Video und zwar gab es Schleitereien hier in diesem Channel oder die, ich weiß nicht mehr und zwar haben viele gefragt, also viele wurden irgendwie getestet von irgendwelchen Leuten, die mir nicht Bescheid gesagt haben und ja leider war das kein richtiger Test und ich habe mir jetzt, ich habe hier schon im Klaren Video gesagt, wo ich eine Lösung gefunden habe, wie wir jetzt die Leute testen und zwar jetzt erstmal für die, die eine Bewerbung auf YouTube hochgeladen haben, alle Bewerbungen jetzt, könnt ihr jetzt hier in den Channel Bewerbungen reinchecken und dann werde ich halt jeden Freitag drauf reagieren, diesen Freitag wahrscheinlich wieder nicht, aber wie gesagt, falls ihr die Bewerbung geschickt habt, einfach hier in den Channel damit, also einfach den Link und sonst nichts, einmal reicht und ja, wir machen das System mit dem Testen wieder und wie ihr getestet werdet, zeige ich euch jetzt so, wir sind jetzt hier auf meinem Twitch-Kanal und zwar werde ich auf Twitch jetzt streamen, aktiv und wie ihr hier wahrscheinlich schon seht, es wird, also die OG Scans, Hugo Coins wird es wieder geben und zwar bekommt ihr, könnt ihr hier unten lesen, warte mal, ich mach das kurz weg könnt ihr hier unten das Coinsystem lesen, wann man einen Hugo Coins bekommt oder wann man mehrere bekommt oder so und zwar mach ich das jetzt so, dass man, wenn man 200 Hugo Coins hat, ähm, mich dann einfach auf Discord anschreibt und mir dann auch beweist, dass man die 200 Hugo Coins hat, äh, und mit diesen 200 Hugo Coins bekommt man dann so einen Testerpass und mit dem Testerpass kann man getestet werden, ich mach das jetzt so, weil, ich lass ja eh nur aktive Leute in den Clan rein und wenn ihr mein stream schaut, äh, dann spielt ihr wahrscheinlich auch automatisch mit in den, äh, Rotation-Games und so, dann weiß ich eh schon, wie ihr drauf seid und ja, wie gesagt, ihr braucht jetzt 200 Hugo Coins und dann könnt ihr getestet werden, dann brauche ich dann, äh, ist dann einfach damit, damit ich, äh, nicht voll gespannen werde auf Discord, äh, wann werde ich getestet und so also gibt's jetzt ein Ziel, also man muss jetzt was erfrieren, bis man getestet wird, und zwar 200 Hugo Coins und ja, ich mach ja, die mich kennen, die wissen ja eh, dass ich, äh, Rotation-Games und so mache mit euch und Customs also, ja, falls ihr meinen Twitch-Kanal noch nicht abonniert habt, äh, oder followed, äh, dann macht's jetzt, unten in der Beschreibung ist der Link und, äh, ich werde wahrscheinlich heute den ersten Stream machen, oder so, und ich werde versuchen dann täglich einfach zu streamen und, ja, ich würde mal sagen, das war's ja mit dem Video falls ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt sie in den Kommentaren rein, ich beantworte jede Frage, die in den Kommentaren jetzt ist und rufe meinen Kanal im Schiff bis zum nächsten Mal